Kommunen können beim geplanten Bau neuer Windräder, die in staatlichen Waldgebieten stehen, statt der im Planungsrecht vorgeschriebenen 700 Meter Abstand zu Wohngebieten auch einen Abstand von 1000 Metern beantragen. So lautet der Kompromiss zu einem Thema, das in Stuttgart fast zu einem ersten handfesten grün-schwarzen Koalitionsstreit geführt hätte. Zuvor waren CDU-Frostminister Peter Haug und Umweltminister Franz Untersteller heftig aneinander geraten. Nachdem Haug in einem Rundschreiben an die Kommunen angekündigt hatte, er werde zukünftig nur noch einen Mindestabstand von 1000 Metern genehmigen. Das aber könnte aus Sicht der Grünen einen dicken Strich beim Thema Ausbau der Windkraft machen. Er hatte mit einem überraschenden Rundschreiben aus seinem Forstministerium an die Kommunen vor wenigen Tagen für kräftigen Wirbel und Empörung bei den Grünen gesorgt. Peter Haug, CDU, hatte mitteilen lassen, dass bei geplanten Windkrafträdern in Staatsforsten nur noch Projekte mit einem Mindestabstand von 1000 Metern genehmigt würden, 300 Meter mehr als dem noch unter Grün-Rot entstandenen Windkrafterlass vorgeschrieben. Das hatte wiederum den grünen Umweltminister Franz Untersteller seinerseits zu heftigen Reaktionen veranlasst. Dieser sah so die Ziele der regenerativen grünen Energiewende in Gefahr. Damit war der schwierigste aller politischer Konflikte zwischen Grünen und CDU schlagartig wieder aufgebrochen. Das war in den Koalitionsverhandlungen mit der emotional umkämpfeste Punkt gewesen. Und in der Tat nicht Stunden oder Tage, sondern Wochen hatten sich die Fachpolitiker bei dem Thema verhakt. Jahrzehnte hatten CDU-geführte Landesregierungen unter Verweis auf drohende Verspargelung der Landschaft, zu geringe Windstärken und den Schutz von Mensch und Natur den Bau neuer Windräder klein gehalten. Die Grünen aber hatten bis 2020 als Teil der Energiewende rund 1200 neue Anlagen geplant, um dann 10 Prozent des Gesamtstroms mit Wind zu erzeugen. Schlichtung wurde damals zur Chefsache. Es war sehr schwierig, das hinzubekommen und es gärt jetzt halt noch etwas nach. Auch weil die Zuständigkeiten bei den Windradstandorten im Wald zum einen in das CDU-regierte Forstministerium, zum anderen aber in das grün-regierte Umweltministerium fallen. Jetzt also griffen die Chefs erneut ein. Das Ergebnis, Haug darf nicht generalisierend anordnen. Er muss per Brief nochmal nachlegen. Es gibt so eine Richtdistanz von 700 Metern und im begründeten Fall wird die Möglichkeit eingeräumt, künftig auch Abstände zur Wohnbebauung von 1000 Metern und mehr festzulegen. Konkret heißt dies, das von Haug geführte Forstministerium darf für die Genehmigung von neuen Windrädern in Staatsforsten nicht generell einen 1000 Meter Abstand zu Siedlungen vorschreiben. Kommunen dürfen aber andererseits einen dann genau zu begründeten Antrag auf einen Mindestabstand von 1000 Metern stellen. Hier, so das Forstministerium jetzt, werde dann jeder Einzelfall geprüft und über den angemessenen Abstand entschieden, den es brauche, um die Belange von Mensch und Natur gebührend zu berücksichtigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.